Sooo, Krillith ist besiegt, zumindest nach meinem letzten Status, an dem ich mich erinnern kann. Das ist nämlich zwei Wochen her, dass wir Hammerwatch gespielt haben, weil wir hatten ja in der letzten Aufnahme relativ viel gemacht. Moment, wieso kann ich das gerade nicht angreifen? Moment, was wächst? Jetzt kann ich wieder angreifen. Ah, okay. Ähm, ja, jedenfalls haben wir Krillith besiegt und sind jetzt wieder zu dritt hier in der Dungeon. Vempex ist mit dabei und Zombiehead. Hallo. Und du weißt schon, dass du hoffentlich das Auto machen musst, Zombie, oder? Was muss ich machen? Das Outro. Nee, ich hab's vergessen. Nee, das hat doch so viel Spaß gemacht letztes Mal. Ja, für dich war es reine Qual. Für dich? Aber ich glaube, das hat die Zuschauer sehr gut unterhalten. Wobei, die Folge ist ja noch gar nicht draußen. Also, von dem Aufnahmezeitpunkt, kann ich jetzt gesehen, noch nicht draußen. Das heißt, ihr werdet das ja dann auch noch später erzählen, was ich da gemacht habe. Wenn ich da was gemacht habe, daran erinnere ich mich gerade selber nicht mehr, dafür ist es lang her. War Magia. Oh. Boah, ich hoffe, wir werden jetzt erstmal nicht direkt alle drauf gehen, weil wir jetzt gar nicht mehr wissen, wie was abging. Alter, ich bin gerade so derbe raus aus dem Spiel. Ich hätte so viel Damage gar nicht fressen dürfen. Ja, ich bin auch relativ krass draußen. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt, wie heißt das? Wir hatten ja jetzt diese komischen Ice Shards runtergesetzt und ich hoffe mal, dass wir dadurch... Das wir uns dadurch was freigeschaltet haben hier irgendwie... Ja, theoretisch, die Sachen, wo die Ice Shards waren, die sind wahrscheinlich jetzt kaputt. Ach, da oben. Nein, aber die Frage ist halt eben, wo die waren. Spiegel, you know. Wer setzt die Spiegel? Rob? Wieso, ich steppe doch instant durch so einen Strahl. Die überlebt ihn ja noch nicht mal. Ich glaube, keiner überlebt so einen Strahl so richtig. Ja, ist die Frage überhaupt, wo wir ihn im Spiegel setzen müssen. Wir können da oben entlang, wo das eine Feld war oder wir gehen hier halt weiter. Ja, ich... keine Ahnung. Egal, Hauptsache da erstmal entlang, wo die Gegner herkommen, das ist das Wichtigste. Ja, immer da lang, wo die Gegner sind. Aber hier geht es glaube ich schon gar nicht mehr weiter. Oh, das ist ein neue Magier, ne? Ah, ich komme nicht dran. Versuch's hier mal kaputt zu machen. Ja, chill. Na, okay, ich lasse nicht blocken. Ach, das war mein anderer Spell, stimmt. Und da hatte ich noch einen Spell, auf den ich mich schon gefreut habe, aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie er hieß. Ah, jedenfalls war er gar nicht ganz cool. Müssen wir gleich mal beim Händler gucken, wenn ich bin in den Cola. Wir haben jetzt gerade einen Transmonat 18, der ist ein bisschen weich. Das müssen wir nicht lang, oder? Doch, doch. Doch. Ah, warte, noch nicht. Wenn wir hier nicht dann wieder direkt in der Fall reinwachen. Ja, das ist schön. Ja, ist ja schon peinlich genug. Would like to watch your broadcast. Wtf, Zed, wann kann man das denn bei Steam? Hä, was? Ein Broadcast angucken, weil ich habe gerade von Tenchi, wer sich noch daran erinnert, von Herr der Ringe. Ach, der macht Schaden? Und Drained Mana. Oh, das ist geil. Du freust dich direkt, ne? Ja, das ist super geil für mich. Halt das mal auf dich drauf. Nein! Wow, fuck. Halt das mal auf dich drauf. Sehr gut. Genau so. Halt das auf dich drauf. Gut. So. Okay, ich habe all mein Leben und... Okay, irgendein krasse Mumie ist hier. Pickaxe. Nee, Boss! Ach, der, den hatten wir schon mal gehabt. Hä, den kenne ich gar nicht. Ihr sagt mir jetzt zwar auch gerade nichts, aber er macht mir auch nicht wirklich Schaden. Hm, ich glaube, ich sollte mir ein paar Steam-Emo auf Offline stellen. Hä, ach, stimmt. Man kann jetzt, äh, ein Steam-Spiele für Freunde streamen oder überhaupt... Ja, das zeig ich jetzt mal hier. Welcome to Steam Broadcasting. You can now watch other players and broadcast your own games with Steam. Tenshi would like to watch your play Hammerwatch. Take a minute to set up your preferences. Nee, sorry, leider machen wir das jetzt nicht. Würde ich sonst machen, aber geht gerade nicht anders. Wie, ihr willst den Tenshi jetzt mal abweisen? Genau, willst du ihn abweisen? Ich weiß nicht, wie heißt das, wegen der, äh, wie heißt das, so. Wegen der Aufnahme, ob die dann, ähm, nein, nicht wegen der Aufnahme, wegen eurer Connection. Wenn ich jetzt noch, äh, was broadcasten würde, ob das dann so gut kommen würde. Das würde auf jeden Fall auf deinen Internet gehen, ja. Ja, eben, das ist halt die Sache. Das würde ich, würde ich gerne mal austesten, das stimmt schon, aber jetzt nicht gerade am besten in der Aufnahme, bevor ihr da noch umleckt. Das können wir hier bei Hammerwatch schlecht gebrauchen. Das heißt, man kann jetzt bei jedem Spiel gucken? Ja, man kann streamen, das hat doch ein anderer YouTuber schon mal erzählt, aber ich hab's vergessen, dass man das konnte. Oh nein, das ist fies. Einige sind... Also ich würde sagen, nach der Stachelfalle ist das. Ja, würde ich auch vermuten. Gehst du erstmal durch? Ja, okay, scheint zu viel zu nehmen. Da scheinen mehrere, oder? Ich halte nur eine Stachelfalle jetzt. Ja, ich glaub, das ist nur eine, wenn du auf die Map guckst. Ah! Boah, sehr gut! Ey, ne, ich weiß nicht, das ganze Binding of Isaacs spielen hat sich mal ein Controller jetzt ein bisschen anders. Ja, das hatten wir schon mal, da hast du raue Hände und sowas, ne? Ja, ja, nee, nur, dass diesmal der Controller... Das ist der Controller teilweise sein eigenes Leben. Vorsicht, Vorsicht! Vorsicht, Stacheln! Ja, okay, okay, okay. Du bist noch fast reingerannt. Ja, ja, ja. Ja, wie, wie, ja, ja. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Ich krieg das schon hin, ich krieg das schon hin. Hm. Siehst du, siehst du... Hier ist der Death-Count. Scheiß, ich vorne. Ja. Ein Tod. Ich hoffe, dabei bleibt's auch zumindest. Alter! Wollt ihr mich verarschen, ihr beiden? Wie viel Tore habt ihr? Fast gar nicht. Nicht die Tür, nicht die Tür. Die haben wir gerade übersprungen. Sehr gut. Wer holt sich das? Äh, Moment, ich halb mich kurz. Du kannst schnell da hinrennen. Und dann... Aber pass auf, dass 10 Mana gedraint wird, ne? Ach! Ich weiß. Ja! Oh, 10 Mana. 10 Mana, sehr gut. Uah! Uah! Oh, Mana... Oh, ich hab kein Mana mehr. Nee. Ich weiß. Das Ding zieht Mana. Ja, aber so viel. Äh... Hier haben wir auch noch Spikes. Nein! Spikes? Was hast du denn geschafft? Nein, ich bin Spikes wieder durch. Au! Das war schmerzhaft. Das kann doch nicht wahr sein. Ich fang gleich an zu heulen. Oh, nee. Ich trau dem Ding überhaupt nicht. Du schaffst das schon. Ich vertraue dir. Ja, dann halt mir diese anderen Säcke vom Leib. Oh. Ist natürlich doof. Au. Ah! Damit hab ich jetzt nicht gerechnet, dass es auf mich schießt. Du solltest trotzdem noch ready zum Dodgen sein. Oh, die Jungs, Jungs. Ähm, ja, ich bin fast tot. Kann das Ding auch mal kaputt gehen? Ich brauche mir die gleich neben von dir. Wenn du erstmal Mana wieder hast. Ja, das ist... Oh, es ist kaputt. Sauber. Was ist das denn? Ein Bogenschütz und... Oh, Spikes! Jungs, freundlicher Schütz. Spikes ist immer da? Komm jedenfalls nicht von dem Dünending. So. Hier ist irgendwas im Speicher. Hier ist noch ein Mirror hier oben. Ja, warte. Oh, oh, oh. Erstmal. Genau. Damit halte ich mich schon mal direkt hoch und du musst ein bisschen länger. Tot. Der ist tot. Ich. Ja, ich nicht. Ich, äh, beim Kissen. Scheiße. Ja, der hat sich kein Wader mehr gehabt. Ach, hier ist übrigens ein Mana-Kristall. Den habe ich jetzt mal eben kurz gegönnt. Ach, fuck, das schönste ist auch nicht zu lange. Hört ihr mir überhaupt zu? Ja. Was denn? Ja, doch, hier ist ein Mirror. Ja, das meinte ich ja. Hab ihn. Ja, hast du jetzt eingesammelt. Ich bin stolz auf dich. Ich hab ihn wiederbelebungsgeholt. Ähm, nur zu empfohlen. Ich hab ihn aufgesammelt, aber naja. Hat nichts gebracht. Ist ein Mirror. Du brauchst mir was. Nein, das Wiederbelebungsteil, was dahinter ist. Ach, weißt du denn, wie du da rankommst? Wow. Siehst du das hier? Hinter dem Feuerfeld. Achso, ja, da musst du halt... Ja, ich kann dich jetzt hin. Ja, mach das dann mal bitte. Ich muss irgendwie an diesen Sek... Ah, Sequenz complete. Okay, sehr schön. Ah, okay, eins sagt der Farge schon mal dauernd. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich an die anderen da rankomme. Und wo läufst du denn schon wieder rum? Ich war da gerade irgendwo, wenn Pax gestorben ist. Ich dachte, der kommt hier wieder hin. Ich musste gerade Zombie ein bisschen aushelfen. Egal, ich hab hier die Lage ganz gut schon mal Kontrollen. Er hätte keine Lust, über das Feuerfeld zu laufen. Das ist keine Lust. Ich muss aufpassen mit den Toden. Damit du nicht noch mehr kriegst als ich. Ist wieder so eine Mumien-Zong. Oh, 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 oh. Hallo, seine Behinderung, der heilt. Der heilt. Der heilt. Ich hab eh noch... Ich hab gerade mal die Hälfte der Tode von euch. Der heilt seine Mumien. Also zumindest jeweils. Naja, ich hab ein paar Freitode. Naja, heißt ja nicht, dass du sie alle ausnutzen musst, nur weil du jetzt weniger gestorben bist. Hatte ich nicht vor, aber gerade eben konnte ich nichts mehr machen. Junge, Fliegen verfolgen mich. Erzähl mir doch mal. Ja, du renn doch nicht alleine rum. Ich renn die ganze... Ja, komm doch zu uns, verdammte Scheiße, Mann. Du sollst zu uns kommen. Ja, zu mir. Zu uns. Achso, du bist jetzt schon zufrieden dazwischen geworden. Guck mal, die Fliegen kann auch nicht durch, nein. Ich würde sagen, du bist ein kleiner Gordom. Echt? Wieso bin ich ein Gordom? Weil wir zu euch kommen sollten. Oh, da war ja Flammen. Das ist super. Ah, 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 ah. Das erfasst du mir mit dem, äh, wie heißt das? Mit dem Sky Black. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ich hab, wie gesagt, nur die Steine gerade eben hier einfach ausrollen sehen, aber irgendwo, hm, ein bisschen Ausweich habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Mich fast erwischt. Hammer muss dazu erwähnen, ich glaube, als wir Hammerwatch normal gespielt haben, war ich ja an einer Stelle noch leicht erkältet gewesen. Und jetzt ist es Zombie. Also der ist jetzt auch wieder auf dem Weg zur Besserung, aber hat halt immer auch noch ein bisschen was. Das sind ja doch Karten. Yeah, dann bist du ja in der nächsten Aufnahme dran. Ja, verdammt. Das sind doch die Nachwehen. Die Nachwehen? Achso, du bist schwanger geworden. Freut euch. Na, tschu! Ich hab zu lange nicht mehr gespielt. Oh! Oh nein. Boomien. Boomien. Ich hab schon die Schnauze voll, ich hab schon wieder keinen Bock. Ah, scheiße, ich hab vergessen zu fragen, ob du überhaupt Bock hattest. Ich hab jetzt richtig Bock auf ever auf. Ich hab doch gefragt, ob wir heute aufnehmen. Also muss ich ja eigentlich Bock gehabt haben. Bock gehabt haben. Ja, okay, okay. Oh, ich dachte schon, du wärst ein feindlicher Magier. Ja, ich bin halt, äh, man weiß ja nicht auf welcher Seite. Ich bin, ich bin Radagast der Braune. Radagast der Braune ist cool. Ja, ich bin doch auch cool. Nein. Also, äh, wenn ich die Stelle finde, wo ich dich fertig machen kann bei der Videobearbeitung, ne, dann bist du dran. Das ist unser Bogenschutz, ne, ich mach das mal, fertig. Ja, wobei, eigentlich hab ich schon mit dem Stein gehabt, du bist ja schon ein paar Sekunden, du bist gestorben, also hier an Fallen. Ihr habt mich verwirrt. Und? Da kann ich nichts für. Wembex ist tot. Er rennt runter mit dem Sturm, schreit oh oh und ist tot im nächsten Moment. Was ist passiert, ich hab's nicht gesehen. Er hat kein Mana mehr und wird von, keine Ahnung wie vielen, eingesperrt. Ich hab vergessen, wo meine Bomben sind. Wo sind meine Bomben auf welcher Taste? Man, ich hasse dieses Mana-Drain, das ist das Schlimmste für mich, weil ich dann so nicht eingesperrt bin, nicht mehr wegkomme. Wir müssen mal zurück zum, mit dem Teleporter. Was willst du denn beim Teleporter machen? Hilfe! So eine Gruppe hat mich gerade eben eingesperrt, dass wir nicht gerade angenehm. Hilfe. Schreit der Hilfe. Ja. Da freust du dich, he? Hilfe. Was ist das denn hier? Boah, fuck man, diese ganze... Wir müssen echt mal ein paar scheiß Dinger zerstören. So einer ist schon mal weg. Man macht doch wenigstens den Standard, aber kaputt. Ich bin gerade mit den Sakkophagen beschäftigt. Ja, ich bin mit den Sakkophagen beschäftigt. Oh shit. Ich hoffe, dass meine Bomben sind. Hä? Ganz normal auf... Ja, okay, stimmt. Ich spiele Controller. Ja, das ist natürlich dann doof. So, guck mal. Ja? Wir sind nicht mehr rot. Wir sind die weiß. Aber dafür kommen wir auch keine mehr, weil wir die Sakkophage alle schon ein bisschen stört hatten. Ja, das war gut. Alter, ich verliere im Moment viel zu viel Leben, ey. Ja, du musst wieder reinkommen. Ich muss sagen, ich bin jetzt langsam wieder drin. Also ich bin bisher sowieso noch nicht gestorben. Aber ich habe immer noch nur die Hälfte der Tode von Zombie. Ja, aber du hast jetzt schon mal ganz gut aufgeholt. Und Zombie hat natürlich jetzt auch schon brilliert mit seiner Leistung jetzt hier zu Beginn der Aufnahme. Wollen wir jetzt zu dritt da hin? Ich kann, aber ich drehe schon wieder um. Ich bin zweimal gestorben, glaube ich, bis jetzt. Ja, guck ich gerade einfach mal auf die Zeit der Aufnahmen, wäre jetzt bei so einem Feuerball reingelaufen. Nein, wir sind schon seit zwölf Minuten mal aufgenommen. Das ist alles nur in der ersten Folge. Gut. Wie weiß ich Bescheid? Äh, ich glaube, wir müssen jeden da wieder zurück. Äh, Mana Drain ist ja wunderbar. Achso, ja. Ich habe hier gerade kein Mana. Ja. Ich habe volles Mana. Oh, shit. Das war jetzt gerade natürlich doof. Ab und hier kommen wir. So. Ähm. Ähm. Wir haben jetzt fünf Mirrors. Das ist jetzt die Frage, wofür wir dafür überhaupt müssen jetzt. Also hier ist eine Silver Door, die wir öffnen könnten. Hier unten links war der Mirro. Ja, wir haben auch noch hier eine Goldtüre, aber dafür haben wir keinen Key. Oder haben wir einen Key? Nee, ich sehe keinen. Ich glaube, gerade eben wurde Vanpex gerufen. Ja. Ähm. Ah, warte mal, ich kann mal, glaube ich, ein Dings zerstören, oder? Ja. Ich will zocken. Äh, heils Maul. Lass dich in Ruhe zocken, Mann. Boah. One up. One up. I gotta one up, bitch. Du hast die Adler Augen hier. Ja, eh. Einer muss hier haben. Wenn ihr schon mit Sterben beschäftigt seid, dann muss ja einer den Job des Spotters hier übernehmen. Hm. Hm, vor allem bei dir. Vor allem, weil du keine Augen real life. Nee. Ja, wenn du meine Brille aufziehst, dann sagst du doch dasselbe. Ey, meine Brille? Ja. Ich habe keine Brille, aber... Meine Brille. Wenn ich eine Brille habe, ne? Ja. Wow. Pack ich euch alle in die Tasche. Dann wow. Ich glaube, dadurch würden deine Spiel-Skills immer noch nicht besser, dass du die Dinger sehen willst. Boah, nee. Jetzt forderst du mich aber raus, ne? Ja, okay. Dann hol deine Brille her gleich. Und dann zeigst du es uns. Achso. Ich glaube, da gibt es gerade einen richtigen Fight bei Vampax. Ja, ich helfe ihm ja schon. Nein. Er sagt ja auch nichts. Nein, weiß ich nicht, das Zimmer. Achso, ach ja, stimmt. Er hat sich ja die ganze Zeit noch durchgemütet. Wobei, er kämpft noch die ganze Zeit. Ah, dann ist er wieder da. Und trotzdem... Und... Wo kommen die anderen scheiß Dinger hin?